Das ist der Traunsee und nun kommen wir am Traunstein. Das ist ganz einfach, denn das geht direkt da hoch. Das ist der Traunstein. 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 Und da unten gehen die Strecken rauf. So, jetzt Pause und dann gehts da hoch. Das ist der Traunstein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Bye.